Riechst du das? Das sind die Kohlekraftwerke, die in Deutschland seit Wochen auf Hochtouren laufen müssen, um den Großteil unserer Stromversorgung zu gewährleisten, weil logischerweise im Winter die Sonne nicht so richtig scheint und manchmal eben auch Tage und Wochen lang der Wind nicht weht. Heute sprechen wir über die sogenannte Energiewende und ihren Endgegner, der diesen Wunschtraum grüner Politiker, Professoren und Thinktanks zum Scheitern bringen könnte. Die Dunkelflaute. Jetzt bei Realtalk. Deutschland ist ein Schmutzfink, zumindest wenn man gerade und seit Wochen auf die Europakarte des CO2-Ausstoßes bei der Stromerzeugung blickt. Gäbe es Polen und Tschechien nicht, hätte Deutschland den dreckigsten Strom Europas und das, obwohl bereits mehr als 500 Milliarden Euro Steuergeld und Abgaben in Millionen von Solarpanels und mehr als 31.000 Windmühlen also in die sogenannte Energiewende geflossen sind. So sah das letzte Woche aus. Dicke, braune, schwarze und orangene Flächen. Das sind Braunkohle, die schmutzigste aller Stromquellen, die es gibt, Schwarzkohle und Gas. Und diese drei fossilen Energieträger mussten den Großteil des Stroms erzeugen. Nur sehr wenige Flächen sind hellgrün oder gelb. Nur sehr wenig Strom kam durch Wind und Sonne. Man nennt das Dunkelflaute, wenn Jahreszeiten und wetterbedingt wenig Wind und wenig Sonne zusammenkommen und somit der Grundidee der Energiewende, nämlich hauptsächlich mit Wind und Sonne Strom zu produzieren, die natürliche Grundlage entzieht, nämlich Wind und Sonne. Wenn die sogenannte Residuallast, also die Lücke, die Erneuerbaren zu vollständigen Stromversorgung lassen, über Tage und Wochen besonders hoch ist und Kohle, Öl und Gas einspringen müssen. Und solche Dunkelflauten sind keine Seltenheit. In Deutschland beispielsweise kommt es etwa alle zwei Jahre vor, dass Wind und Sonne über zwei Wochen hinweg nicht einmal zehn Prozent des Stroms erzeugen können und gigantische Energielücken gefüllt werden müssen. Im Januar 2023 waren Wind und Sonne beispielsweise fast zwei Wochen lang knapp ähnlich wie im Januar 2017, als zehn Tage lang deutschlandweit Nebel- und Windstille herrschte. Gleich mehrfach im Jahr gibt es Mini-Dunkelflauten von mindestens 48 Stunden, wie es eine Auswertung des deutschen Wetterdienstes zeigt. Doch zurück zur vergangenen Woche. Obwohl Kohle, Öl und Gas 65 Prozent des in Deutschland hergestellten Stroms lieferten, musste Deutschland trotzdem zusätzlich 1,3 Milliarden Kilowattstunden, also ungefähr 14 Prozent des Verbrauchs aus dem Ausland importieren. Das ist der Punkt, an dem die Energiewende nach 25 Jahren und mehr als 500 Milliarden Euro Kosten steht, wenn die Sonne, Überraschung, im Winter eher selten scheint und auch der Wind über Tage einmal ausfällt. Dann riecht es nach verbrannter Kohle in der Luft und die Strompreise schießen durch die Decke. Was also tun, wenn Wind und Sonne immer wieder nicht reichen? Im Gegenteil, wenn sie trotz gigantischer Ausbauraten quasi keine Energie liefern. Wenn es nach unserem noch verantwortlichen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen geht, mehr von derselben Medizin. Wir haben jetzt im Moment in diesen Tagen ja keine besonders gute Windlage. Das passiert immer mal wieder im November. Es ist quasi normal und schon sind die Strompreise hoch, weil die Erneuerbaren nicht da sind. Wenn die Erneuerbaren wieder da sind, gehen sie runter. Stoppen wir den Ausbau, werden tendenziell die Strompreise höher und das war der Vorschlag. Wenn die Erneuerbaren nicht da sind, geht der Strompreis hoch, weil kein Strom aus Erneuerbaren da ist. Wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren stoppen, bleibt der Preis oben. Heißt, wenn ich Habeck richtig verstehe, er will die Erneuerbaren weiter ausbauen, um solche Wochen wie die letzte und die davor mit wenig Strom aus Wind und Sonne und hohen Strompreisen zu beseitigen. Nur, lieber Herr Minister, wenn eine Windmühle bei Windstille keinen Strom erzeugt, dann werden es auch drei, fünf oder zehn Windmühlen nicht tun. Ähnlich fällt es sich im übrigen mit Solaranlagen bei Nacht. Aber ich würde euch das noch mal etwas konkreter erklären, wie schwachsinnig dieser Vorschlag ist. Dazu müsst ihr wissen. Deutschland verbraucht in der Spitze an einem kalten Winternachmittag, an dem alle heizen und zu Hause gemütlich Fernsehen schauen, bis zu 80 Gigawatt an Leistung. Schon heute, mit den 31.000 Windmühlen an Land und auf See und den Millionen kleinen Sonaranlagen, könnte sich Deutschland theoretisch, also wenn alle maximal laufen würden, zweimal selbst mit Strom versorgen, allein aus Wind und Sonne. Problem? Sonne und Wind machen, was sie wollen. Dass die Sonne im Winter nur kurz scheint, ist, denke ich klar. Aber schauen wir auf den Wind. Letzte Woche, Mittwoch, ein ganz normaler Spätherbsttag in Deutschland. In der Spitze werden knapp 70 Gigawatt Strom gebraucht. Das ist die schwarze, schwankende Linie oben. Wind fällt aber komplett aus. Von 10 Uhr morgens bis an den späten Nachmittag um 16.30 Uhr. Über mehr als sechs Stunden kommt Wind, das sind die grünen beziehungsweise teils unsichtbaren Flächen, nicht einmal auf 100 Megawatt. Um Viertel nach drei fällt die eingespeiste Leistung sogar auf 45 Megawatt ab. 45 Megawatt von 72.000 Megawatt installierter, theoretisch möglicher Leistung. Um das noch einmal ein greifbares Bild zu überführen. Weltrekordhalter Usain Bolt kann, wenn alles gut läuft, also wenn in unserem Fall der Wind perfekt weht, die 100 Meter in 9,58 Sekunden sprinten. Wäre Bolt jedoch so gut drauf wie die Windmühlen in Deutschland letzte Woche, würde er sein Potential so wenig ausschöpfen, würde Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt, die 100 Meter in etwas mehr als vier Stunden und 15 Minuten sprinten. Und wer jetzt sagt, aber die Sonne wird doch am Nachmittag wenigstens eingesprungen sein? Nicht wirklich. All die weißen Flächen mussten andere Energieträger auffüllen und zwar vor allem Kohle, Gas und Strom aus dem Ausland. Das ist der Grund, warum Robert Habeck die Zahl der Windmühlen auch verzehnfachen könnte und trotzdem in manchen Winterwochen kaum Strom entstehen würde, der in einer modernen Industrienation wie Deutschland aber immer, immer, immer gebraucht wird. Das ist der Grund dafür, warum bei Wind und Sonne immer wieder von Flatterstrom die Rede ist, von Energieträgern, die dann Strom produzieren, wenn die Natur es eben zulässt. Worauf sich eine moderne Volkswirtschaft wie Deutschland aber eigentlich nicht verlassen kann. Mit Blick auf die vergangenen zwei Wochen heißt das dann, 65 Prozent Strom aus Kohle, Öl und Gas, nochmal rund 9 Prozent aus Biogas, wobei man sich da auch darüber streiten kann, ob das wirklich CO2-neutral ist, obendrauf nochmal 14 Prozent Strom aus dem Ausland und nur der mickrige Rest kam von Wind und Sonne. Der Strom in Deutschland war in der vergangenen Woche mit 550 Gramm pro Kilowattstunde so schmutzig, dass es für das Klima tatsächlich ein wenig besser gewesen wäre, seinen neuen Golf mit Benzin zu betanken und 100 Kilometer Auto zu fahren und dabei etwa 11,9 Kilogramm CO2 auszustoßen, als den schmutzigen Strom in das E-Pendant ID4 zu laden und dieselbe Strecke zurückzulegen. Bei dem Strommix waren das nämlich 12,5 Kilogramm CO2 mit dem E-Auto. Eine solche Dunkelflautenwoche steht natürlich nicht stellvertretend für ein ganzes Jahr, aber sie verdeutlicht, dass auf Wind und Sonne allein niemals Verlass sein wird, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit 365 Tage im Jahr konventionelle Backup-Kraftwerke und andere Energiespeichermöglichkeiten vorgehalten werden müssen. Und wir haben es gesehen, es muss ein konventioneller Kraftwerkspark bereitstehen, der beinahe den gesamten deutschen Strombedarf alleine decken können muss, weil sich solche Dunkelflauten immer wieder über Stunden, Tage und teilweise sogar Wochen hinziehen können. Um das auszugleichen, braucht es jede Menge Stromspeicher, Backup-Kraftwerke, die jederzeit einspringen können und im Prinzip Deutschland zu 100 Prozent und für mehrere Wochen eigenständig versorgen müssen und einen sehr aufwändigen Ausbau des Stromnetzes, der natürlich Geld kostet. Und je nach Rechnung kommen auf die für diesen Zustand bereits ausgegebenen 500 Milliarden Euro für die Energiewende noch einmal mindestens 1000 Milliarden Euro obendrauf. Ein anderer politischer Traum, der eher aus dem linken politischen Spektrum kommt und zwar viel Geld kosten würde, aber seinen Zweck nicht wirklich erfüllen würde, ist das bedingungslose Grundeinkommen. In diesem Video stelle ich eine große Studie vor, die zeigt, dass keiner der Wunschträume in Erfüllung geht – wie bei der Energiewende. Viel Spaß und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.